So Leute, da sind wir wieder. Er ist raus aus den Einkaufshänden, der seine Flaschen verkauft. Er hat 59 Cent. 59? 9,50 Euro. 9,50 Euro hat er gerät. Also 9,50 Euro hat er gerät. GTA-Dollar. Genau. Mal sehen, was er sich dafür schön ist und GTA kaufen kann. Ein Bier. Eine Radkappe. Genau. Eine Radkappe. Oder Bier. Noch nicht mal. Pisswasser. Noch nicht mal. Was kriegt man für GTA... Eine Gruppe. Pisswasser kriegt man. Pisswasser kriegst du für 9 Dollar. Ja. Genau. Pisswasser kriegst du für 10 Dollar. Kriegst du eine Flasche Pisswasser für GTA? Nicht so schnell, Leute. So, jetzt gehen wir noch mit meinen Schnecken ein bisschen auf den Spielplatz. Und der geht ab nach Hause und mal gucken, was denn passiert. Ob es denn funktioniert. Ob es denn endlich funktioniert, dass ich endlich mal wieder zocken kann. Und er spielt Quasimodo. Die Sonne ist leider jetzt... Wenn da jetzt Luft drin ist, die Lord Vader. Die Sonne ist leider jetzt wecky wecky. Ja, leider kann ich meine Sonne Brille nicht nutzen. Ne, weil wir alle Brillenläufer sind. Ne, doch. Kann ich halt. Kannst ihr einen so scheiße? So scheiße? So. Ja. Ja, voll der Angeber. Genau. Lass mich doch. Ja, dann geben wir noch einen weiter. Geben wir noch einen weiter, wo die Wippe ist. Da, wo wir den Fugel gefunden haben. Genau. Alle da? Ja, alle da. Weißer Assassinen. Voller win. Genau. Beste Crew der Welt, Mann. Genau so. Die anderen sind leider nicht da. Die sind auch am anderen Arsch der Welt. Die sind in Australien. Babsi und der Patrick, die sind leider nicht da. In Australien. Die sind in Australien. Und Hollolulu? Hollolulu. Ne. Die sind leider nicht mit bei. Aber irgendwann werden die bestimmt nochmal. Weil die hatten es ja versprochen. Die wollten mal vorbeikommen von da. Und dann mal gucken, ob wir dann mal sie da mit drauf kriegen, wenn sie Bock haben. Dann machen wir einen Crew zu rappen, Mann. Und dann machen wir mega super Crewsauftagtreffen in meinem Garten. Genau. Dann kosten wir alle Geld. Dann gehen wir da an und dann machen wir eine Plunge Party. Eine Plunge Challenge machen wir denn. Oder Wasserpistolen Match machen wir denn. Oben ohne. Ne, oben ohne machen wir denn. Ne. Da fehlen denn die Miezen. Fangen wir doch eigentlich die Miezen. So, jetzt sind wir da. Jetzt wollen wir kurz ein bisschen die Mädel schaukeln lassen. Mann, haben die eine große Auswahl. Hier, guckt euch das an. Das ist ja sehr viel Auswahl. Dann lassen wir sie mal kurz noch wicken. Nicht so weit, nicht so weit. Nicht so weit. Jetzt hat ihr erst mal eine Schaukel fliegt. Da haben die echt viel. Echt viel auf dem Spielplatz. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Das ist der Hammer. Eine Schaukel. Und ein langweiliger Zugeschauer da. So, jetzt geht's rund. Jetzt machen sie mit. Guckt euch mal das schwere Kalb da hinten an. Jetzt würde ich lachen, wenn die krackt. Wenn die in der Mitte krackt. Dann feierlich. So, der andere hat da hinten jetzt Eiersalat. Er hat jetzt Eiersalat. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Miezen besucht. Wir setzen uns mal hier mit zu. Wir setzen uns mal hier mit zu. Noch mal ein bisschen über die Sahara laufen. Setzen wir uns mal hier kurz. Da ist der andere. Der macht gerade einen. Der ist gerade abgeschmiert. Der wollte gerade einen auf Assessine machen. Da, guckt euch das an. Guckt euch das an. Der macht gerade einen auf Assessine. Lange halten kann er sich aber noch nicht. Er ist noch in Ausbildung. In Ausbildung. Er ist noch Anfangsstufe 1. Er ist noch. Gut, geschafft. Er hat es geschafft, ja. Zwei Faschen Pisswasser, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Auf jeden Fall. Guckt euch mal die geilen Beine an. So was heißt das. Mit Mückenstiche. Mit Mückenstiche. Da ist er. Ich war surfen. Das war so was für geil. Er ist Anfangsstufe 1. Und er hat bestanden. Genau. Er ist jetzt aufgestiegen auf Level 2. Cool Level. Cool Level Nummer 2. Was sag ich mal? Ja. Er macht gerade einen voll auf Entriss hier. Er überlegt sich wie er uns heute platt machen kann. Genau. Mit welchem Witz er heute uns platt machen kann. Genau. Ein Kreuz. Er überlegt sich eine Strategie. Ein Kreuz. Wie er uns am besten abservieren kann. Genau. Er überlegt sich die besten Witze des Tages. Aber leider muss ich gucken. Ich kann bestimmt wieder nicht mit Ton spielen. Weil die da wahrscheinlich schon schlafen würden nachher. Und dann kann ich nicht mit Ton. Weil sonst wird sie wach. Und dann ist es zum Heulen. Wenn du das hinkriegen würdest, dann machen Flinke Katze und ich eine Party. Und dann kannst du... Ich bin dann wieder Sprach mit Handy. Handyschreiber bin ich dann wieder. Du schreibst dann wieder uns über Handy. Und ich kommentiere. Weil ich kann leider zu Zeit nicht. Erst wenn Mausi sein eigenes Zimmer hat, dann kann ich wieder voll dabei sein. Weil zur Zeit ist ganz schlecht. Flinke Katze und ich werden dann kommentieren. Zur Zeit ist ganz schlecht. Das geht nämlich nicht. Flinke Katze funktioniert, ist die Frage, ne? Ja. Ich laufen tut sie im Moment. Ich habe sie angemacht schon seit heute früh. Und... Oh Gott. Und im Moment habe ich eine einzelne Sitzung. Ja. Das ist gut. Im Moment bin ich gerade alleine. Ich bin gerade in meinem Bunker. Hast du denn so gesucht oder was? Ja, ich habe jetzt gesucht. Ich habe mir das eine halbe Stunde gebraucht, bis ich eine eigene Sitzung hatte. Hör auf, hier mit dem Motto zu schmeißen. Ich will hier was suchen. Halt deswegen. Ja, ich habe was gefunden. Ich habe es ja auch. Er hat seinen Stammbaum gefunden. Und ich habe nämlich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich meine eigene Sitzung endlich hatte. Und so habe ich mich in meinem Bunker versteckt und mache einen auf Drehwurm. Hör auf. Den ganzen Tag jetzt schon. Ja, schon seit heute früh. Fällst du nicht mit den Buggys da rum? Durch den Buggys? Ja. Ja. Doch. Mit den Supersportwagen fahre ich da rum. Und mal gucken, wenn wir nachher da bin, dann geht es los. Dann lade ich euch ein und dann geht es ab. Ach, die Post. Der war schön. Guckt euch das an. Die andere schwimmt. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Gut, gut, gut. Sie können nicht mehr. Sie sind fertig. Meine Froschchenke tun weh. Seine Nüsse scheinen wieder da zu sein. Nein, meine Froschchenke tun weh. Seine Froschchenke, ja. Seine sexy Beine. Die Geil. ich bin aber auch ein und auf kurze hose ich habe auch hier guck euch das doch mal an das ist jetzt so weit nein noch nicht und wir wollen uns dann jetzt langsam auf den weg machen nach hause guck er schnauft schon wie so ein Waldesel als wenn er 100 Millionen Kilometer gelaufen ist und er sitzt am Handy und schreibt seinen geilen Mützen fähig ich jetzt ein zunächstes vorbeikommen die andere hat er jetzt gerade im Schrank gesperrt das gibt selten schlechte Beurteilungen im Internet Quatsch wie gesagt ich wohne gar nicht hier und ich heiß gar nicht so nein er heißt nicht so ich bin gar nicht hier hast du gehört er ist nicht hier er ist unsiebare Assassinos ich bin hier dieser neue ägyptische Assassine ja genau da sind wir voll gespannt drauf wie der wohl ich habe den Trailer habe ich ja noch nicht so gesehen aber ich habe schon den neuen Assassine den Video habe ich dir geschickt ja ich hatte dir das ja geschickt ach stimmt ja ja jetzt fällt es mir wieder ein das war hammergeil das war nur bei E316 leider das sieht so aus als wenn du da beim Horus bist als wenn du da beim Horus bist als wenn du in der Wüste beim Horus bist als Ägypter würde ich sagen als Ägypter ja und das wird der Hammer bestimmt da bin ich jetzt schon scharf drauf da bin ich schon scharf drauf also heißt viel Tranky einpacken und das heißt das muss der allererste Assassine der Welt sein weil er in Ägypten schon war und das ist ja schon vor 1900 Noffat und 1700 Noffat wie hieß denn der hieß der der fing doch mit A an Aikost oder Aikost irgendwie so hieß der doch der fing doch mit A an irgendwas mit A fing der erste Assassine an Alpino oder so ach ich muss da mal selber mal nachschauen ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf aber irgendwie mit A fing der erste Assassine an wenn du nichts weißt frag Google was eigentlich so ist genau dann frag mal Google was sagt euch der Google was sagt Google Mausi Ma Mausi das sagt Google Google sagt Mausi gut dann sind wir schon mal einen Schritt weiter also wird der neue Assassine Mausi heißen der neue Assassine heißt dann Mausi tja gut Leute dann sag ich mal Amigo Ahoy auf Wiedersehen auf Wiedersehen da auch auf Wiedersehen und wir sehen uns beim nächsten Mal tschau tschau auf Wiedersehen